Egal, was ich jetzt hier hinkitze, ich muss ein Kunstwerk draus machen. Und oh mein Gott, ich hab eine sehr, sehr gute Idee. Ich nehme mir daraus jetzt erstmal eine neue Skizze. Außerdem hier habe ich jetzt das hier gemacht. Das sieht ein bisschen komisch aus, okay, aber es kommt noch, es kommt noch. Trust the process. Es soll nämlich sozusagen eine Rose sein, die sozusagen auch gleichzeitig ein Meteorit ist. Ich hoffe, das macht so Sinn. Das verbänden wir kurz. Ich mache jetzt nur noch kurz die Outlines neu. Und jetzt machen wir ein bisschen den Meteoriten ein bisschen klar. Nein. Meteoriten machen wir jetzt ein bisschen klarer. Ich nehme jetzt selber so ein Lichtbrush, keine Ahnung, wie der heißt. Ich check das ehrlich nicht. Sowas gibt es bei digitalen Zeichnen. Und dann leuchtet das digitales Zeichnen viel, viel schwerer ist als traditionelles. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch einen Background. Und ich lasse es jetzt so. Ist es ein Kunstwerk oder ist es kein Kunstwerk? Was sagt ihr? Das ist ein Kunstwerk.